Sie bezeugen damit, dass Sie für Ihr gemeinsames Leben den Segen Gottes erbitten wollen. Sie bekennen sich zu Christus, der die eheliche Gemeinschaft als Zeichen seiner Liebe heiligte. Liebe schwört Treue. Du kannst dich auf mich verlassen. Ich verlasse mich auf dich. Und das wollen wir heute feiern. Euer Lieben, das steht ab heute nicht mehr in Frage. Das bleibt heute und immer eine Frage wert. Roland, ich frage dich vor Gottes Angesichts. Nimmst du deine Braut Antonia an als deine Frau und versprichst du ihr, die Treue zu halten in guten und in bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit und sie zu lieben, zu achten und zu ehren, bis der Tod euch scheidet? Dann sprich Ja. Ja. Nimm den Ring, das Zeichen eurer Liebe und Treue. Steck ihn an die Hand deiner Braut und sprich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Antonia, ich frage dich vor Gottes Angesichts. Nimmst du deinen Bräutigam Roland an als deinem Mann und versprichst du ihm, die Treue zu halten in guten und in bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit, von ihm zu lieben, zu achten und zu ehren, bis der Tod euch scheidet? Dann sprich Ja. Ja. Nimm den Ring, das Zeichen eurer Liebe und Treue. Steck ihn an die Hand deines Bräutigams und sprich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Nie bitte. Nimm den Ring, das ist eine Neude. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020